Nach diesem Kampf findet ein eine Pause von 15 Minuten statt, in der Sie sich stärken und erfrischen können beim VPC. Hier in der Sporthalle werden portiert. Also 15 Minuten Pause nach diesem nächsten Kampf. Ringrichter ist in diesem Kampf der Sportkamerad Andreas Krämer. Wir boxen in der Weltergewichtsklasse 69 Kilogramm. In der rote Decke für den VPC Straubi, Clemens Ruder. Und ich glaube, es wird für den VPC Alexander Müller. Ringfrei, Runde 1. Ringreich, 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 Runde 1. Vielen Dank. 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 Ring frei. Alex. 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 Wir starten in der Pause von 15 Minuten und danach geht es dann weiter in die Mitte.